So, Hallöchen liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zurück bei eurem Seth von bei Let's Play Cry of Fear, hier immer noch im Arbeitsamt oder wo auch immer. Und wir versuchen immer noch irgendwie die Sicherung zu finden, die uns in den U-Bahn-Schacht führt. So, und ich weiß nicht ganz, was wir hier sollen. Ich weiß allerdings eins, dass wir hier nicht allein sein werden. So. Ach! Okay, der liegt hier nicht umsonst, den wir mal brauchen. Was lege ich denn aber dafür mal weg? Ich will auf jeden Fall mal das kurz ablegen und das hole ich mir definitiv nachher wieder zurück. So, noch irgendwas Interessantes hier? Ne, da kommen wir gar nicht hin, oder? Zu der Tür? Ne. What? Was? Was war das jetzt wieder für eine kranke Seuche? So, das ist der gleiche Raum. Dieser hier ist sehr finster. Da werden wir auch nicht reinkommen. Boah, ich habe jetzt schon wieder eine Gänsehaut, ey, wenn ich hier diese dunklen Räume sehe. Ganz ehrlich, Freunde. Da ist niemand drin, wie es scheint. Wir kommen auch nicht rein. Das beruhigt mich. Das war jetzt auch nicht signifikant, aber, ähm, ja. Der Dose lockt. Können wir hier mit dem Schraubenschlüssel vielleicht... Nee. Okay. Schöße. Tja! Was zur Hölle? Na gut. Ich brauche einen Schlüssel, um genau da reinzukommen. Aber wie zur Hölle? Wie? Warum sind meine FPS schon wieder so im Keller? Okay, jetzt geht's wieder. Alter. So. Jede Tür wird hier fein säuberlich untersucht. Ich hab's gewusst. Alter. Meet a screwdriver to open it. Hehehehe. Ach! Da ist die Sicherung, Freunde. Sehr nice. Sehr nice. So. Ah, jetzt. Ah! Heizung! Heizung! Oh. Boah. Ah, da geht natürlich... Ihhh! Da geht natürlich das Licht aus. Oh, Freunde. Boah, jetzt geht's noch was, ey. Ach du Scheiße. Oh nein. Oh nein. Oh, da ist noch einer! Alter. Die halten auch richtig viel aus, ne? Ich will das nicht. Ich will das nicht! Boah, das ist... Alter, der ist super Terror hier, ey. Alter Schwede. Und ich muss nachladen. Schnell! Mach Gas! Mach Gas! Boah, Licht. Licht. Alter, zum Glück geht mein Akku nicht alle. So, jetzt räume ich die Viecher erstmal weg. Ach, Alter. Ich will ja nicht sein. Ich will ja nicht sein, Freunde. Boah, die Geräuschkulisse ist super Alter Alter, fuck you Wow Alter Komm, lad nach, lad nach, lad nach, lad nach Boah, alter Warum latsche ich hier überhaupt noch rum? Ich kann doch eigentlich jetzt wieder raus hier, oder? Oh, Freunde Scheiße, ey Oh, da Was? Ach, hier ist der Schlüssel Ach, what the heck Ich komme hier nicht raus Alter, ich muss einen anderen Weg nehmen Muss ich schon wieder eine Waffe? Scheiße Verdammt Was mache ich jetzt? Boah, den Nightstick will ich auf jeden Fall behalten Falls wir keine Munition haben Und wir haben weniger Munition für die VP70 Also droppe ich die jetzt mal hier Mal eben Ich will mir aber auch das Gewehr wiederholen Du got the Classroom Key Alter Schwede Schäme Boah, pf Wo fängt euch, ja? Boah Boah Alter Widerlich Da muss ich rein Und jetzt hier, Freunde? Break glass for me. I've got the fire exit key. Wo ist denn der Feuer, der Dingens? Nein! Willst du mich verarschen? Du wirst doch wo hier... Alter. Wo ist das ein Terror? Wo ist das ein Terror? Scheiße! Wo ist jetzt diese scheiß Tür? Scheiße! War die hier hinten? Ist die hier hinten lockt? Alter! Oh, zum Glück hört das auf. Oh yeah! Yeah! Unlockt! Okay, Freunde. Jetzt habe ich wieder einen Platz frei. Hol ich mir jetzt die VP-70 oder das Gewehr? Das ist die Frage. Eine Pistole haben wir. Ich würde mal kurz gucken, wie das Gewehr aussieht. Wie viel Munition wir dafür noch haben. Weil das würde ich eigentlich sehr gerne wiederhaben, muss ich sagen. Boah. Boah, es ist schlimm. Es ist weg! Es ist weg! Es ist doch nicht euer Ernst! Fuck! Was zum... Ist doch irgendwie ein bisschen buggy, diese... Scheiße! Okay, dann erübrigt sich die Frage sozusagen. Boah, Alter! So, dann kommst du noch mit. Wieso kann ich die eigentlich nicht auf den Quick-Slot legen? Kann ich? Achso! Ja, aber... Achso! Geht das, äh... Äh... Mit? Was? Tja, scheiße. So, die kann ich... Da kann ich wahrscheinlich nicht beides mit ausrüsten, oder wie? Aber wie auch immer. Puh. Fucking shit. Boah, hier raus, ey. Ich will nur hier raus. Oh mein Gott, ey. Alter Schwede, alter Schwede. Ich würde jetzt halt gerne mal speichern, muss ich ehrlich gesagt sagen. Boah, hier ist der Bus? Boah. Boah. Boah, zum Glück, ne? Nice. Haben wir hier irgendwie noch ein Speichermedium, würde ich gerade sagen. Ja, ist es ja im Endeffekt. Der hat auch kein Lenkrad, ne? Also... Boah, boah, ne? Ich brauche ja nicht in Schweden. Oder Norwegen, was auch immer. Ey, diese komischen Depressionsposter, ey. Alter! Boah, alter. Boah. 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 Wir haben die Sicherung, Freunde. Wir haben die Sicherung. Mir schwant. Wir müssen hier weiter. Boah. 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 Unsere gute Waffe haben wir verloren. Wir sind immer noch allein und, äh ne, ich werde es halt hier auch immer schlimmer, ey. Boah. Alter, das... Ich weiß nicht, wie das in dem Video rüberkommt, aber das war hier gerade so echt schlimm irgendwie. Das war gerade für mich irgendwie richtig schlimm. Scheiße. Irgendwas machen? Ne. Hä? Ja, was... Ja, was... Da kommen wir nicht mehr rein. Gehen wir wieder zurück, oder was? Boah, nee. Alter. Nee. Tja, Freunde. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es weitergeht, muss ich ehrlich sagen. Hier ist das Spiel zu Ende. Da geht's ja mal überall. Hier. Hier. Was geht's? Was geht's? Hier? Hier. Hä? Ähm... Tja, was... Harbour Road now. Near Harbour College. Hier oben, Alter. Was? Und hier wollten wir eigentlich hin? Okay. Tja, ähm... Ähm... Ich weiß es gerade nicht, liebe Freunde. Wer müssen wir denn hin? Wir sind hier aus irgendeinem Fenster... gekommen. Vermutlich aus dem da. Da ist auch noch ein Licht, aus dem sind wir gekommen. Wie kommen wir da jetzt wieder zurück? Ach! Ach. Wollte mich verarschen. Na gut. So, gibt's hier noch was Interessantes? Vielleicht lohnt es sich's ja, doppelt nachzugucken. Nee, scheinbar nicht. Ach, keine Monster. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, jetzt wieder zurückfinden zu diesem U-Bahn-Dingens. Okay, da kommen wir auch irgendwie noch hin. Alter Schwede. Langsam verzweigt sich das hier alles ganz schön. Mit diesen Lücken hier ist immer so ein bisschen so subtiler Horror. Da kommt halt kein Vieh, ne? Das ist fast sogar noch schlimmer irgendwie. dass da nichts kommt. Alter. Jetzt muss ich hier wieder zurück, ne? Da steht doch... Oh, der Käpt'n Sieg. Nein, hier, Alter. Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Ach, nein. Wir müssen schon da raus. Fuck. Warte, bei dem komm ich doch nie vorbei. Der ist hier auch gar nicht. Der ist hier gar nicht. Okay, krass. Okay, hier kamen wir hin. Äh, hier kamen wir rein, wo wir von dem weggerannt sind. Alter, dann gehe ich da nicht zurück, ey. Scheiße. Das ist so fies hier. Das sieht man nicht, ob es da weitergeht. Oder es macht den Eindruck durch diese Lampe. Oh, ich muss da wieder zurück. Boah, ich hab Schiss. Boah, ich hab Schiss. Der muss doch hier noch irgendwo sein. Der ist weg. Alter, von hier kam der doch irgendwo, oder? Alter. Oh Gott. Oh Gott. Alter, hab ich mich verjagt. Oh, ich hab irgendwas erwartet, aber... Alter. Boah, was ist denn heute los mit mir, ey? Boah. Ich will es nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich will das alles hier nicht mehr haben. Und sehen. Okay. Boah. Boah, Alter. Oh, ein Tonband. Okay, liebe Freunde. Und wir gehen genau hier weiter. In der nächsten Runde. Ich hoffe, dass ich mich wieder erholt. Ey, ich muss jetzt hier erstmal meinen Stuhl sauber machen. Boah. Okay, gut. Also, heute, die Runde war echt schlimm. Aber, wie dem auch sei. Das ist ja irgendwie das Ziel. Bis dann, liebe Leute. Ciao. Ciao. Ciao.